Smartphone, Vorlese-App oder Zoom. Digitale Produkte und Angebote können für Menschen mit Seherkrankungen eine große Hilfe sein. Doch viele Menschen sind anfangs unsicher bei der Bedienung. Hilfe zur Selbsthilfe bieten die Digitalexpertinnen und Experten der ProRetina. Die Ratsuchenden können die Digitalexpertinnen und Experten auf verschiedenen Wegen erreichen und sich beraten lassen. Via Zoom, Telefon, E-Mail oder auch bei regionalen Treffen. So erfahren Sie, was für digitale Angebote es gibt und wie Sie diese nutzen können. Zum Beispiel die Videosprechstunde bei Ärzten, Online-Banking oder das E-Rezept. Aber auch nützliche Smartphone-Apps, die dem Nutzer die Umgebung beschreiben oder die Inhaltsstoffe von Produkten vorlesen und vieles mehr. So stärkt ProRetina die digitalen Fähigkeiten sehbehinderter und blinder Menschen, hilft, Barrieren abzubauen und ebnet den Weg zu einem selbstbestimmteren Leben. Ob als Einzelberatungen oder Gruppenschulungen, die Peer-to-Peer-Beratungen sind auf die Bedürfnisse sehbeeinträchtigter oder blinder Menschen zugeschnitten. Lassen Sie sich von den Digitalexpertinnen und Experten von ProRetina beraten, damit Sie die digitalen Möglichkeiten nutzen können. Die Expertinnen und Experten finden Sie über den Beratungsfinder unter www.pro-retina.de. Lernen Sie die Digitalexpertinnen und Experten digitale Produkte und Angebote beim ProRetina Digital Festival kennen. Seien Sie dabei! www.pro-retina.de www.pro-retina.de